malzeit meine damen und herren das wochenende kann kommen oder wir lassen es gemütlich ausklinken die börsenampel steht heute auf grün wir sehen es der dax 1,36 prozent im plus wir hatten ja schon mitte der woche neues allzeithoch gesehen dann hat der dax so ein bisschen der mut verlassen und heute zum wochenende hin da haben die anleger noch mal richtig schwung in die ganze sache gebracht und wir sehen es 13.569 punkte also allzeithoch wieder in schlagdistanz und heute löse ich noch was auf wurde ja gefragt mit vanessa macht börse wer macht dann die kamera michael dies heute auch da die zeige ich ihnen am ende der sendung also dranbleiben es gibt auch ein paar nachrichten die den dax heute anschieben die erste kommt von bayern vielleicht gibt es hier tatsächlich einen großen vergleich beim glyphosat fall das wird zumindest gemunkelt im raum steht so aktuell die summe von zehn milliarden us-dollar das ist zum beispiel deutlich weniger als bislang angenommen wurde bislang wurde angenommen dass in den kursen ungefähr 20 milliarden us-dollar eingepreist sind sollten es tatsächlich nur zehn werden oder vielleicht auch nur ein bisschen mehr dann wäre das natürlich noch mal eine sache für die aktie wir haben sie ja in unserem musterdepot und wir haben ja gesagt die spekulation ist dass irgendwann im laufe des ersten quartals vielleicht eine einigung zwischen den ganzen klägern und bayern kommt wegen eben glyphosat jetzt gibt es wieder spekulation dass das ganze schon in die recht nahe sein könnte von daher sehen dass die aktie heute 3,18 prozent im plus und wir freuen uns natürlich im musterdepot mit und freuen können wir uns auch bei wirecard da gibt es nämlich heute charttechnisch gute neuigkeiten und die sehen wir hier am ende vom chart die 200 tage linie wird ja viel beachtet und wenn die von unten nach oben durchbrochen wird dann ist das ja mal ein klares kaufsignal dann springen auch zum beispiel viele gesteuerte computer gesteuerte programme mit auf einer aktie auf weil das so ein signal ist was man einstellen kann dann findet die aktie mehr beachtung auch gerade bei den computerprogrammen und das ist jetzt eben bei wirecard der fall wir sehen es 139 euro und 70 sind wir jetzt die teilsohle ist da und schritten das erste gab haben wir hier schon geschlossen mit dem überspringen von 120 jetzt ist natürlich die frage kriegen wir die idee hier auch von der financial times wieder raus dann dürften die short seller auf jeden fall ganz 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 kalte füße bekommen auf jeden fall haben wir heute eine gute neuigkeit die aus dem chartbild kommt wir sehen es eben gestern schon zu handelsschluss hat die aktie die 200 tage liege tagelinie von unten nach oben durchbrochen und heute geht es deswegen noch ein stück weiter nach oben 3,75 prozent wirecard seit jahresbeginn natürlich der taktgeber im deutschen leitindex der hatte keiner mit so recht mit gerechnet und viele hatten zwar es gehofft und jetzt sehen wir es und jetzt müssen wir tatsächlich gucken wie reagieren jetzt die short seller bei 140 kommen wir doch jetzt im bereich wo die vielleicht langsam tatsächlich kalte füße kriegen sollten wenn ihre gewinne nicht komplett schwinden oder schmilzen sollten infineon wird heute auch vom dax nach vorne gebracht oder bringt den dax heute nach vorne wir haben gestern zahlen von intel gesehen die waren gut und die schieben heute die chip werte so ein bisschen an und hier sehen sie auch bei infineon auch die aktie hat sich zuletzt sehr sehr gut entwickelt von hier unten im bereich von 16 17 euro sind wir auf dem weg zu 22 euro 50 wenn wir hier so ein bisschen immer die linie einziehen mit chart dann sind wir natürlich jetzt im ganz spannenden bereich und vielleicht geht es weiter und vielleicht sehen wir auch bei infineon im laufe des jahres noch ein neues altzeithoch in der region hier oben also für die aktie läuft hervorragend gucken wir uns im dax die tops und flops an es gibt nämlich nur drei flops continental daimler und bmw wir wissen warum eine strafzölle immer noch ein thema und wir gucken hier wirecard buyer sap ist heute hochgestuft worden rwe hat natürlich wenn die anleger wieder ein bisschen mutiger werden und wenn die anleger wieder zugreifen ist rwe immer eine der ersten adressen wir wissen ja eben hier haben auch schon oft genug jetzt darüber gesprochen der kohleausstieg 2,6 milliarden ich fasse das thema ein bisschen kürzer zusammen und dann haben wir noch fresenius medical care dass die fünf tops die wir heute im dax sehen kommen wir zu unserer watchlist die habe ich heute ein bisschen weiter gefüllt und da sehen wir zum einen general electric ich habe auch mal die 200-tage linie mitgebracht wir sehen es hier es gibt eine hochstufung kursziel von goldman sachs 14 euro 14 us dollar entschuldigung hier sehen wir 11 euro 70 ist also noch ordentlich luft nach oben also von daher die aktie haben wir jetzt erstmal auf die watchlist genommen vielleicht auch ein heißer turnaround kandidat man sagt die zahlen könnten besser werden als erwartet und von daher müssen wir mal gucken wie das ganze jetzt bei general electric weitergeht dann habe ich noch einen wert mitgebracht und zudem sage ich gar nicht so viel das ist medis team eine aktie aus norwegen wir gucken uns den chart kurz an lassen uns auf der zunge zu gehen wenn sie in einer heimatbörse angucken sieht dann noch viel besser aus und ich sage nur eins dazu die und gucken morgen da bin ich auf die aktie aufmerksam gemacht worden da habe ich mir die aktie angeguckt und da erfahren sie warum die heute schon auf der watchlist ist und wie es da weitergehen könnte also morgen die und gucken was schluss gucken wir dann auch noch drauf da sehen wir medis team ist drauf ich habe auch die ganzen wasserstoffwerte ein bisschen weiter jetzt mit drauf genommen wir müssen einfach mal gucken wie sich das ganze jetzt so entwickelt wir sehen es nämlich hier schon ITM power und power cell legen heute wieder kräftig zu wir müssen gucken ist jetzt die talsole durchschritten war das die konsolidierung 20 prozent ist ja mal ein ordentlicher schluck aus der pulle und jetzt können wir sagen jetzt kommen wahrscheinlich neue anleger die ihre chance nutzen und gehen in den wert rein ich habe es gesagt wir beobachten das heute noch und vielleicht schlagen wir dann am montag schon zu wenn wir sagen könnten vielleicht wird diese lücke die als gerissen wurde ja auch schon wieder geschlossen denn die aussichten bleiben ja nach wie vor gut für die wasserstoffwerte die fantasie ist hoch und deswegen können wir da als auch ein blick darauf werfen im musterdepot ist ja lediglich nähe und vielleicht können wir jetzt einen von den ganzen zurückgekommenen werten die da wären plug power ballit power power und power cell vielleicht nehmen wir davon dann einen auch noch ins musterdepot mit auf ericsson ist heute unsere zwiebel des tages wir sehen es zahlen gab es fast zehn prozent im minus die zahlen eigentlich gar nicht so schlecht aber der markt feiert sie trotzdem nicht sie sind eigentlich nur so ein bisschen im rahmen der erwartung aber auch nicht unter den erwartung bisschen zu wenig und deswegen sehen wir es hier zwiebel des tages fast zehn prozent im minus die aktie stürzt von über acht euro runter auf sieben euro 33 dann kommen wir noch zum musterdepot da müssen wir über team wir reden die werden heute hoch heute hochgestuft kursziel 34 euro also ist noch ein bisschen luft nach oben davon profitiert die aktie heute natürlich dann gucken wir auf unseren neuzugang von gestern tele kolumbus ich habe gestern erklärt warum wir die aktie aufgenommen haben wir sehen es heute auch wieder 24 7 prozent im plus und die hat die marke von drei euro jetzt wieder überschritten wir gucken ob wir darüber bleiben von daher können wir dann sehen ob das vielleicht ein bisschen wert ein bisschen nach oben noch weitergeht die fantasie dazu hatte ich ihnen ja gestern schon genannt und dann werfen zu guter letzt halt eben noch den blick auf das musterdepot und wir sehen disney hat sich nicht so gut geschlagen seitdem sie aufgenommen ist tele kolumbus jetzt 3,32 prozent im plus aber auch hier zürich insurance und allianz unsere letzten neuaufnahmen auch im plus jetzt 0,78 ich habe ja gesagt sind keine sprinteraktien erwarten sie nicht so viel hier spielt ein bisschen die dividende mit rein bei den beiden werten und die kursentwicklung wird deswegen natürlich sind keine renner da müssen wir jetzt nicht irgendwas erwarten über biontech oder wie wir drin hatten oder eben wie bei beyond meet oder das alles ein bisschen gediegener und bmw natürlich ist so ein bisschen jetzt hier der miese peter im depot mit minus von fast fünf prozent da müssen wir mal abwarten wie es weitergeht vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen zu früh aus dem fenster gelehnt aber wir bleiben trotzdem noch der aktie erstmal treu so schnell werfen wir die flinte bei bmw nicht ins korn das war's für heute meine damen und herrn ich bin ihnen noch eins schuldig komm her und jetzt ist größer als ich das ist das problem an der ganze deswegen hole ich sie nicht so hoch das ist die meike die steht hinter der kamera wenn eben vanessa und ich davor stehen oder wenn man das einmal nicht kann so wie heute auch hübsch ne ich habe es einfach gut meine damen und herren ich wünsche ihnen schönes wochenende gucken sie morgen die und da gibt es viele interessante aktien und wir sehen uns dann am montag wieder mit einer neuen ausgabe von malzeit bis dahin